Einen Fördermittelbescheid über rund 11 Millionen Euro hat die Chefin der Brandenburger Staatskanzlei Katrin Schneider am 7. September bei ihrem Besuch in der Seestadt Großrechen übergeben. Damit ist der Weg frei für den sogenannten Iberterrassen Campus. Die aus dem Jahr 2004 stammenden Iberterrassen sollen saniert und teilweise umgebaut werden. Die Gastronomie am Standort soll erweitert und neue Arbeits- und Tagungsbereiche entstehen. Der Förderbescheid vom Donnerstag ist Teil einer Gesamtförderung von etwa 25 Millionen Euro, die Großrechen vom Land für Strukturwandelprojekte erhält. Im Anschluss an die Fördermittelübergabe hat Bürgermeister Thomas Zenker zu einem Rundgang des fast fertiggestellten neuen Besucherzentrums am Hafen eingeladen.